Heute testen wir die dümmsten Ideen, die es gibt, um in Fortnite ranked aufzusteigen. Können wir von dem niedrigsten Rang zum höchsten kommen und das nur mit dummen Ideen? Das testen wir heute. Let's go! Okay, die erste dumme Idee, die wir machen, ist auf dem Zug landen und wir machen nichts anderes, außer auf dem Zug zu bleiben. Okay, jetzt heißt es nur noch auf dem Zug irgendwie landen. Ich finde gut, dass er gerade hier parkt. Sehr gut, dann kann ich entspannt meine Landung vollrichten. Yeee! Okay, wir dürfen nur Loot von dem Zug nehmen und müssen damit versuchen, jetzt aufzuranken. Oh mein Gott. Hey! Hä? Hallo? Ich habe keinen Aim! Nein, 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 nein. Ja, ich habe ihn wieder bekommen! Let's go! Okay, das sind die Sachen, die ich habe. Ja, ja, finde ich gut, finde ich gut. Kann man hier die Box eigentlich draufwerfen? Ein Tom! Let's go! Let's go, Zug! Let's go, Zug! Yeah! 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 Au! Sache reingenommen! Wir haben hier Schild, Schildkämmer gebrochen. Ein B-Door? Echt jetzt? Wir haben ein Mad Kid. Mad Kid kann später richtig wichtig werden. Oh, warte mal, die Kartons sind weg. Okay, die gehen dann schnell weg nachher Zeit. Hallo, gibt es hier irgendjemand, der vielleicht mit mir auf dem Zug... Ich werde nicht hier gebaut. Alter, hinten läuft jemand. Hallo! Daneben gesniped? Oh mein Gott, der snipe mich bestimmt, der snipe mich bestimmt. Juhu! Vielleicht kann ich es wieder einnehmen. Ist ja doof. Was sind deine Missionen, Bro? Ey, guck mal, der hat mich getroffen. Ich warte jetzt, bis ich komme. Ich sag's so, wie es ist, mein Bester. So nicht. Wir müssen dann wirklich die ganze Runde auf dem Zug verbringen. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, wo die Zone am Ende ist. Und wir brauchen viele Mad Kids. Weil sonst, sonst ist halt, ne? Sonst sind wir tot. Dumb ways to die, so many... Uhuhu, lewut. Alright. Ja, wir kriegen immer dieselben Sachen hier. Ich sag nur so, im Laufe des Videos werden die Ideen, die wir machen, halt immer dümmer und dümmer. No joke. Der ist überall Loot und ich kann nichts mehr... Oh. Hätte ich vielleicht greifen irgendwie? Okay, wir haben ein klitzekleines Problem. Und zwar fahren wir jetzt gerade in die Zone rein. Ah, shit. Und die Medaille kommt. Oh, na. Die Medaille. Die ist hier wahrscheinlich auf dem Berg. Die sieht gerade... Oh, na. Er zieht, dass es hinzukommt. Er zieht, dass es hinzukommt. Ich ziehe mich zurück kurz. Der ist irgendwo genau neben uns. Der ist genau irgendwo. Ja, wo ist denn der? Der muss doch hier... Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin komplett verwirrt. Aber wir können hier wieder... Nein, ich bin deutlich verwirrt. Ich habe ihn gesehen. Der ist bestimmt gut. Nein. Medaille. Oh, mein Gott. Ja, let's go. Oh, mein Gott. Der hat hier... Oh, was? Jürgen, was für Waffe er hat. Let's go. Du hast wieder einen ganzen Loot-Broski. Und wir nehmen wieder ein. Okay. Wir sind gleich auf jeden Fall noch weiter in der Zone. Ich weiß nicht, ob ich es überleben werde, wenn das gleich nochmal aus der Zone rausfährt. Oh, oh. Da vorne ist einer. Ja, Broski, das ist halt das Ding. Du darfst nicht auf meinen Zug draufkommen, Bro. Let's go. Yippie. Happy, happy, happy. Warte mal. Auch wenn das klappt, ne? Nein, ich habe das hier nicht bekommen von da. Äh. Hier sind noch welche. Komm schon, Maxi. Ja, let's go. Easy snipe. Easy snipe. Warte, war das ein Bot? Das war ein Bot. Wir halten bei der Zugstation. Palupen? Ey. Ich sag's dir, wie es ist. Es funktioniert halt irgendwie, ne? Oh, Mad Kid. Sehr cool. Haha, easy. Oh ja, wir fahren gleich raus, Leute. Vor allem ist es wirklich schwer, weil da kommt einer mit einer Medaille auf und zu. Wir haben es aber gleich wieder eingenommen. Das heißt, noch ein Mad Kid vor uns. Ja, wieder ein. Sehr geil. Fünf Mad Kids haben wir. Okay, wir fahren gleich aus der Zone raus und ich habe einen ultra langen Weg außerhalb der Zone. Oh nein. Oh nein. Guckt euch das an. Ich muss die ganze Strecke außerhalb der Zone jetzt langfahren. Oh, das kann doch nichts werden. Und by the way, Leute, falls euch so welche Art von Videos gefallen, vergesst auf jeden Fall nicht bei Super... Oh. Support the Critter, mein Name anzugeben, Maxi Fire und nach 14 Tagen zu erneuern. Oh mein Gott, hätte ich den jetzt gerade gesniped. Das wäre krass gewesen. Unser Bray, der Zug, der erhöht die Geschwindigkeit. Ich gehe nach ganz hinten beim Zug. Dann bin ich ein bisschen später in der Zone drin. Das ist nämlich Fünfkopf, Leute. Wir sind in der Zone drin. Shit. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch überleben. Einer tickt noch. Nehmen wir ein bisschen auf TikTok chillen, ne? Uh, Mad Kids. Okay, ich nehme das eine Mad Kid ein und dann nehme ich das andere direkt mit, bevor es verschwindet. Okay, es leben nur noch drei andere Spieler. Gewinnen werde ich, glaube ich, die Runde nicht. Ich bräuchte dafür irgendwie die Zone genau hier so irgendwie bei so einem Punkt. Haben kein Zonenglück. Scheiße, Alter. Das ist das Kacke, Mann. Okay, es leben noch zwei andere. Ich kann es eigentlich schaffen, oder? Ich bin gleich in der Zone. Verlasse den Sturm, um die Sturmkrankheit zu entfernen. Das schaffe ich nicht. Ich bin tot. Ich bin kurz vor der Zone. Top drei. Nein, nein, nein. So kurz davor. Hätte ich mir nur den Shockwave gerade hatte mitgenommen. Perfekt. Wir konnten kein Ergebnis laden. Der nächste dumme Weg, den ich habe, ist eine Skybase. Okay, in rank. Ich weiß. Super dumm. Oh, mein AIM. Oh, ich habe keinen AIM. Oh, mein AIM. Um das Skybase zu machen, müssen wir eigentlich Material sammeln. Aber ich dachte mir, ich gehe ein bisschen ins Gebiet, wo Gegner sind. Weil durch Gegner kriegt man ja auch Material. Das wissen wir, ne? Oh, wo kommt der denn her? Oh, siehst du hier? Material. Das ist genau das, was ich brauche. Juhu. Noch mehr Mets für mich. Gussi. Seht ihr? Guck mal, wie viele Mets ich habe. Ich habe fast schon Fullstake Mets. Oh, eine Session Chest. Holy shit. Oh, mein Gott. Das ist der Trickshot des Jahrtausends. All right. All right. Keep. Oh, Jungs, Jungs. Ein bisschen ruhig mal jetzt ganz kurz. Okay? Ich darf nicht so viele Mets verschwenden vor euch. Komm, Junge. Bau hoch zu mir. Du schaffst das. Ey. Juhu. Mets. Oh, mein Gott. Ich schieße an dem. Ey. Nein, 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 nein. Ich habe das Schild getroffen. Ihr habt es gesehen. Wir müssen kurz ein bisschen warten, bis die Zone kleiner ist. Weil wenn ich jetzt direkt hochbaue, sieht das jeder. Ich muss auch außerhalb der Zone anfangen. Oh, oh. Oh. Oh, Mann, Bro. Ich habe hier extra gechillt. Ja, ja. Halt dich hoch. Denkst du, ich kriege dich nicht, nur weil ich hochheiz? Braucht dein Material großer. Meinst du, das hat sich so gelohnt? Nein. Gib mir jetzt dein Material. So, okay. Und wir fangen jetzt hier an. Oh, shit. Ey. Wir wollen jetzt hier gerade nach oben. Außerhalb der Zone. Das fällt den wenigsten Leuten auf. Ich bin mir sehr sicher. Das wird funktionieren, Leute. Ich höre so den epischen Sieg für euch. Ja, wir sollten ungefähr gleich die richtige Höhe haben. Ja. Okay. Da unten fährt sogar ein Auto. Ich bin so gern wegsnipen. Okay, ich fange schon mal anzubauen. Es ist so ein dummer Weg zum Aufranken. Was ist das? Das ist ein Sky Base. Oh, Mann, Alter. Wo bin ich? 2012? Ich bin in der Zone. Ja. Das ist genau das, was ich brauche. Die Zone auf meiner Seite. Ja, warte mal. Jetzt gucken alle in die Zone. Jetzt gucken alle zu mir. Oh, mein Gott. Nein, die sehen mich jetzt. Oh, Leute. Läuft da noch. Wenn er was einnimmt, schieße ich vielleicht auf den. Da läuft noch einer. Ich will snipen, Leute. Ich will... Da hinter läuft ja noch einer. Hä? Die laufen ja alle hintereinander. Ich muss so gern schießen. Oh, das triggert so meine Finger. Oh. Okay, er hat den gekehlt. Sehr gut gemacht. Woo. Sehr stark. Mal gucken, wo die Zone hinkommt. Ich muss jetzt wirklich willkommen mit der Zone. Okay, ähm... Ich könnte es eigentlich ganz gut schaffen. Ich bin nicht weit weg von der Zone. Man kommt so super entspannt easy zum Endgame. Keiner erwartet irgendwie, dass man hier eine Skybase macht in Ranked. Okay, er schießt in die... Er schießt auf die Skybase. Ist... Ist das ein W... Ja. Ja. Nein. Er hat meine Skybase runtergeschossen ein bisschen. Ich muss ihn töten. Der, der auf meine... Das hast du davon, Junge. Das hast du davon, dass du auf meine Skybase geschossen hast. Okay, ich... Ich schreib dir jetzt von hier oben. Nein. Nein, er hat mich runtergeschossen. Dieser Arsch. Ich bin mit Material. Ich brauche mich wieder hoch. Ich habe full Mids. Let's go. Nee, Leute. Wir brauchen wieder hoch. Ey. Hör auf, mich runterzuschießen. Jungs, einfach gegeneinander kämpfen. Lasst Maxi in Ruhe. Ich mache Triple Layer. Ja, wir sind wieder teils oben. Nicht ganz so hoch wie eben. Ey, 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 ey. Uncool, uncool, uncool. Uncool. Wer schießt hier auf meine Skybase, Mann? Meine Skybase, schön. Hey, 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 hey. Ja. Okay. Oh, shit. Ich muss laufen. Boah, ich habe einen, der mir zuguckt. Der denkt bestimmt zu Bro. Was macht der da? Ist der dumm? Ja. Dieser Junge ist dumm. Der macht nämlich eine Skybase in Rank. Oh, shit. Ey, welche doofe... Bro, uncool. Denkst du auch, du hast die Chance, ne? Ich poppe jetzt meine Mad Kids und danach poppe ich dich. Okay, okay, nicht so, aber... Boom. Boah, 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 boah. Choo, bluh. Wo ist der Große? Hä? Und jetzt? GG. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, machen wir weiter. Und... Uprank. Let's go. Easy. Und... Fast noch ein Uprank. Seht ihr, Leute? Das sind die Taktiken, die man braucht. Für den nächsten dummen Weg, um aufzuranken, müssen wir zu meinem Main-Spot gehen. Und zwar hier nach unten. Und... Erstmal ganz kurz die Krone wegwerfen. Wir brauchen keine Kronen. Kronen sind was für Loser. Und zwar kann man hier für 50 Gold... Oh, warte. Shit, kurz machen. Man kann sich da für 50 Gold ein Trop verstecken. Damit versuchen wir jetzt so viele Kids wie möglich zu machen. Ich bin einfach fix geworden? Hä? Ich bleib hier jetzt stehen und warte, bis jemand kommt. Weißt du was? Ne, ich stell mich sogar ein bisschen... Ich stell mich hier hin. Das müsste jetzt noch viel mehr auffallen. Und drück nebenbei meinen Tee. Den nehm ich mir noch mit. Kommt jemand? Oh, ey. Er ist unsichtbar. Es funktioniert. Ah! Shit! Es hat einfach funktioniert. Aber durch seine komische Links bin ich rausgeflogen. Es hat funktioniert. Oh mein Gott. Er hat sich verklickt, glaube ich. Ist das dumm. Okay, wir müssen das Ganze nochmal machen. Und diesmal sind wir eine Couch. Okay. Ich meine, okay. Wir sind jetzt eine Couch. Halt gar nicht auf, oder? So eine Couch, die einfach über die Landschaft läuft. Ne, ne? Wir müssen irgendwie Schild finden. Wir gucken einfach zwei Leute zu. Ah, Minis. Shit! Shit! Ich wusste nicht, dass das weg geht dann. Oh, ist das kacke. Okay, ich lock ihn. Okay, ich lock ihn. Ich lock ihn. Ich lock ihn. Ja! Bro, was ist das denn? Ich bin ein Riesenkäseball. Niemals. Bro. Fällt dir nicht auf, dass ich... Bro, es fällt ihm nicht auf. Nein, 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 nein. Du willst mich verarschen. Du willst mich gerade echt verarschen. Ihm fällt nicht auf, dass ich ein Megakäseball neben ihm bin. Das ist gerade nicht sein Ernst, oder? Ist das gerade echt sein Ernst gewesen? Niemals, oder? Hä? Das hat einfach gerade echt so krass... Ist der blind? Hä? Nein. Nein, sobald man... Oh, mein Gott. Okay, wir gehen nochmal eine neue Runde. Ah, hier vorne ist er. Dass das funktioniert. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie das wirklich funktioniert. Bro, was? Wie kann das funktionieren? Hä? Äh, es ist so krass. So, wir sind jetzt wieder fix. Wir dürfen keinen Schaden bekommen. Oh, nein. Ich hab sonst kein Gold mehr. Chill, bitte. Oh, hier ist noch einer drin. Echt? Niemals. Hihihihi. Ich sneek mich jetzt an ihn ran. Nein, er ist herausgefunden. Ey, es gibt's doch nicht. Oh. Okay, ich versuche jetzt so lange zu überleben, wie es nur geht in diesem Mülleimer. Irgendwann später. Ah, was denn, was denn, hä? Denkst du, du hast eine Chance geben? Denkst du, du hast eine Chance geben? Ich bin dein Gold jetzt, Bro. Mein Scheißding ist kaputt gemacht, du Arsch. Ah, ich hab das nicht mitgenommen wegen dir. Oh, über dir ist einer. Ich kann das Mut mitnehmen. Ah, ich wurde komplett geschittet. Wir sind Gold jetzt. Und... Ja, kurz vorab ranken. Okay, der nächste dumme Weg, also wirklich dumme Weg, um aufzuranken, ist Double Pump. Wir wissen alle, es funktioniert nicht, aber deswegen werde ich es die ganze Runde durchziehen. Ich werde nur Double Pump spielen. Okay, wir haben hier eine. Okay, es war nicht ganz Double Pump, gebe ich zu. Aber das zählt ja auch nicht ganz viel. Ich brauche jetzt zwei richtige Pumps, wisst ihr? Oh, nicht Peter Griffin. Peter Griffin. Ich bin gleich tot, Alter. Jo, gib mir einen Free-Six, ich bin fast tot. Komm mal. Ey, schau... Oh mein Gott. Ich bin gerade fast gegen Boss gestorben. Okay, aber das wegwerfen und das wegwerfen. Wir spielen nur noch Double Pump. Die sind Schüsse. Abs, und... Ah, shit. Oh man, der hat ab, man. Woo, gotcha, baby. Okay, gib mal Minis. Setz her. Okay. Bro, what the fuck. Cool. Wir sind wieder zurück im Spiel, Leute. Ich habe wieder meine Double Pump zurück. Und hier unten irgendwo ist jemand. An dem kann ich direkt meine Double Pump testen. Ich glaube, der checkt nicht ganz, dass ich schon in der Tode durchgekommen bin. Okay, Trickshot aufnehmen. Äh... Bro, es geht in Schimmer. Ich mache gerade Double Pump, Mann. Oh, ist das Leggy. Wo ist er denn? Da ist er. Yeah, woo. Ey, sagst du, wie es ist. Das ist wirklich die dümmste Challenge, so. Wir wissen alle, es funktioniert nicht. Gegner, wo seid ihr? Ich habe meine schöne Double Pump und ich warte auf euer Gesichtchen. Ah, da sind Bitfights. Und da ist jemand mit dem Medaillon. Yo, das ist ein absoluter Crackhead. Seht ihr den? Nö, ich drehe um mit meiner Double Pump. Ich suche mir Gegner, die schlechter sind. Oh, nein, aus. Ich habe Double Pump. Bro, ich habe Double Pump. Hör auf. Ey, was macht ihr denn? Hey, ohne Schwitzen. Ohne Schwitzen. Warum schwitzen hier denn alle so? Hey. Keine Metz mehr. Aha. Oh nein, das ist der mit dem Medaillon. Nein, das ist so ein richtiger Schwitzer vor mir. Ich bin der Stark. Ich bin der Stark. Zwei Schwitzer, die gegeneinander spielen. Nein, nein, nein. Ich halte mich raus. Okay, gucken wir mal. Ich gehe jetzt zurück zu den Schwitzern. Ich habe jetzt nämlich Material. Ich habe ihn komplett verwirrt mit meinem Movement. Ah, nein. Nein. Ah, hier ist ein Schwitzer. Ich verbrauche mein ganzes Material für dich. Oh, Mann. Ich spiele gegen den größten Schwitzer. Mit Double Pump. Es ist doch so dumm. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erst mal mit dem Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben unten. Abo dann schreibt gerne in die Kommentare weitere dumme Wege, um Unreal zu werden. Scheiße Schwitzer. Ich kann Bock mehr.